Da fragt man sich schon eigentlich, ja was ist eigentlich los? Wir laufen, sehen es in den Verkehrskollaps. So wie wir als Zeitung können natürlich nicht mehr oder weniger, als darüber berichten, aber wir können auch Veranstaltungen machen wie diese, wo wir uns einfach dieses Thema machen. Es geht darum, dass wir begreifen müssen, dass wir eine Vorsorgepflicht, eine Fürsorgepflicht haben. Genauso sehe ich das auch bei der Bahn bzw. bei der öffentlichen Personennahverkehr. Wir dürfen doch nicht die Augen davor verschließen, dass diese Region mit allein im Zinx 330.000 Gästen bei 1,8 Millionen Übernachtungen eine Möglichkeit haben muss, anders erreicht werden zu können, als nur mit dem Auto. Das muss das Ganze überzeugen, was es hier hat. Und für den Land steht ja auch die Frage, soll sie ein Aussehngeschiff geschaffen werden? Sie fahren wäre ein Aussehngeschiff für das Landwirken von den Vorkommern. Das kann stolz darauf sein, wenn sie es nicht geschafft. Oder will das Land hier ein Armutszeugnis abgeben? Und wenn wir sagen, warum wir das jetzt aber hatten, dass wir wollen sogar die Wiedernlösen am Einladen fahren, dann müssen auch wir, aber wenn wir das haben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir uns in der Region an einem Tisch setzen und darüber nachdenken, wie wir im Kontext der Darfragen der Entstehung, und ich glaube ja daran, dass wir das schaffen, weil das traue dem Land einfach so diese Weisheit und diese Vernunft zu, ich hoffe, ich werde nicht etwas sehr formuliert, dass wir eben über Kurkartenrabattung oder hinschicken. Wir sehen das in unserem Ort ziemlich deutlich. Wir haben jetzt Mitte Mai, da gab es schon Zeiten, da waren wir ziemlich allein, jetzt haben wir um die 8.000 bis 10.000 Menschen in unserem Ort. Und wenn man das in einen Kontext stellt und sagt, liebes Land, Mecklenburg-Vorpommern, jetzt bin ich mal artig, du kannst doch nicht auf der einen Seite über das Eisenbahnbundesamt und mit allen anderen Behörden in Zingst und demnächst in Brero eine neue Strecke feststellen und die Anbindung zumachen. Das ist doch Schwachsinn. Jetzt war ja die erste Zahl und ein Planfeststellungsbeschluss, der demnächst wirksam wird, kann nicht dazu beitragen, dass die Strecke, die angebunden wird, geschlossen wird. Ein Stück abgeben in den Kopf, wo alle drin sind. Und alle müssen das gerecht miteinander ausmachen. Das ist schwer. Aber es ist die einzige Möglichkeit, das umzusetzen. Deswegen sitzen wir ja bei diesem Zweckverband, der mit seinen Mühen und so weiter viele Dinge hat. Aber deswegen plädiere ich so sehr dafür, dass wir das dann gemeinsam machen. Sonst geht es nicht. Was mich so ein bisschen gewundert, wie wir uns hatten, ist, dass der große Prozess, also das ist ja sehr beeindruckend, viele Leute, Unterschriften, malen, machen und viele Akten, hoffen wir das denn. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.